Lanzo Ball von den Los Angeles Lakers musste während des Spiels bei den Houston Rockets wegen einer Verletzung am Knöchel die Partie vorzeitig verlassen. Wie lange der Point Guard nun ausfallen wird, ist noch unklar. Ein wenig Entwarnung gaben die Lakers aber schon. Eine Röntgenuntersuchung verlief negativ, dennoch musste Ball die Arena in einem Rollstuhl verlassen. Die Verletzung ereignete sich früh im dritten Viertel, als Ball mit Rockets Forward James Ennis kollidierte und böse umknickte. Im Unterstützung von Lanz Stevenson und Michael Beersley wurde der Sophie Moore anschließend vom Feld getragen. Ich weiß, dass er bald wieder da sein wird, gab sich zumindest Bornredi optimistisch. Ball hatte bis dahin eine gute Leistung gezeigt und stand bei 8 Zählern sowie 11 Assists. Die Lakers führten mit 15 Punkten, mussten sich dann aber letztlich doch noch Houston um James Harden und Co. nach Verlängerung geschlagen geben. Die Lakers führten mit 15 Punkten, mussten sich dann aber letztlich verlassen.